In diesem Video geht es um das Thema Unternehmensplanung und Steuerung. Planung ist ein ganz ein zentrales Kernelement des Controllings. Planung ist auch dafür Voraussetzung, dass man in einen richtigen Steuerungskreislauf kommt. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Umsatzplan von 20 Millionen Euro für das nächste Geschäftsjahr und diese Zielgröße von 20 Millionen ist auch auf die einzelnen Monate verteilt. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Monat für Monat im Rahmen eines Planistvergleichs zu sehen, welche Ergebnisse Sie tatsächlich realisieren bzw. ob Sie noch auf Plan sind und Sie können, wenn das nicht der Fall ist, entsprechende Steuerungsmaßnahmen ergreifen. Das Ergebnis der Planung ist ein schriftlicher Plan mit einem hohen Verbindlichkeitsgrad. Planung erspart dem Unternehmen die Reparatur improvisierter Entscheidungen und damit Zeit und Kosten. Wie in der Grafik unten auf der Folie ersichtlich ist, ist es besser, eine etwas längere Planungsphase, eine Überlegungsphase zu haben, dann die Realisierung darauf aufbauen zu können und dann sozusagen keine Reparatur zu haben im Sinne von Fehlentscheidungen, die korrigiert werden müssen oder weniger Fehlentscheidungen zu haben. Das Gegenteil wäre die Improvisation. Sie treffen Entscheidungen einfach immer dann, wenn sie gerade schon dringend notwendig sind. Die Entscheidungen sind aber nicht planvoll, nicht aufeinander abgestimmt und das führt natürlich dazu, dass Sie zwar vielleicht nur eine kurze oder gar keine Planungsphase haben, aber im Endeffekt sehr viele Entscheidungen wieder reparieren müssen. Planung reduziert auch das unternehmerische Risiko. In dem Zusammenhang gibt es einen sehr schönen Spruch von Professor Gellweiler, der gesagt hat, und ein Spiel mit Millionen Werten im Geiste und auf dem Papier ist nach aller Erfahrung stets weniger aufwendig und weniger risikoreich als das unvorbereitete Spiel in der Wirklichkeit selbst. Es geht also darum, dass Planung zwar einiges an Gedankenexperimenten erfordert und natürlich auch einen Aufwand darstellt, aber dass ein planvolles Vorgehen im Endeffekt doch zu besseren Resultaten führt, als wenn man einfach nur unvorbereitet Entscheidungen trifft. Welche Arten der Planung gibt es nun? Man unterscheidet grundsätzlich einmal zwei Gliederungskriterium. Das eine Gliederungskriterium ist die Zeitabhängigkeit. Es gibt hier die klassische Jahresplanung, wird in der Praxis auch als das Budget bezeichnet, das einen Planungszeitraum von einem Jahr hat und in mittelständischen und größeren Unternehmen einen Verbreitungsgrad von sicherlich mehr als 90 Prozent erreicht. Darüber hinaus gibt es auch Mittelfristplanungen und Langfristplanungen, wobei die Langfristplanungen über einen Zeitraum von fünf Jahren hinausgehen. Nach der verfolgten Zielgröße gibt es eine andere Unterscheidung in die verschiedenen Planungsarten. Nämlich zum einen die operative Planung, die die Zielgrößen, Liquidität und Erfolg in den Mittelpunkt stellt und in die strategische Planung, die die Zielgrößen, das strategische Erfolgspotenziale betrachtet. Die beiden hängen natürlich eng zusammen. Sowohl strategische Planung als auch operative Planung müssen im Endeffekt ineinander greifen und werden auch in der Planung zusammenhängend betrachtet. Planung und regelmäßige Kontrolle der Zielerreichung sollen Überraschungsfreiheit sichern und auch Zeit zum Gegensteuern bringen. Auf der Folie sieht man hier die Planung eines Betriebsergebnisses, eine klassische betriebswirtschaftliche Steuerungsgröße für das kommende Geschäftsjahr. Sie sehen sozusagen, dass im nächsten Geschäftsjahr ein Betriebsergebnis von kumuliert 1,2 Millionen Euro erreicht werden sollte. Wenn man jetzt die Ist-Entwicklung der ersten drei Monate, das heißt Jänner, Februar, März betrachtet, merkt man, dass man schon deutlich hinter dieser Plankurve zurückliegt. Und man kann jetzt aufgrund dieser Information entsprechende Steuerungsmaßnahmen ergreifen. Interessant ist natürlich auch eine Vorschaurechnung bzw. ein sogenannter Forecast bis zum Jahresende. Das heißt, man setzt auf die drei Monate Ist eine Prognose, einen Forecast für die nächsten neun Monate und betrachtet, wie sich das Jahresergebnis voraussichtlich bis zum Jahresende entwickeln wird. Wenn dann der Forecast, wie in unserem Beispiel, nur bei 600.000 Euro landet, der Plan allerdings ursprünglich 1,2 Millionen war, erkennt man bereits im März, dass man einen sehr hohen Handlungsbedarf hat und man kann nun zeitgerecht versuchen, diese Lücke zu schließen. Werfen wir nun einen Blick auf einen typischen Planungs- und Berichtskalender im operativen Bereich. Dieser typische Planungs- und Berichtskalender kennzeichnet sich dadurch, dass wir in den meisten Unternehmen ein Jahresbudget haben, das auf einzelne Monate verteilt wird. Wir haben daher dann auch zwölf Monatsberichte, in denen Plan- und Istwerte gegenübergestellt und Abweichungen ermittelt werden. Und wir haben drei Vorschaurechnungen auf das Jahresende, aufbauend auf den Quartalsergebnissen. Wenn wir diese Folie genauer betrachten, sehen wir drei Jahre abgebildet. In der Mitte steht das Budgetjahr. Links davon sehen wir das Vorjahr und rechts davon sehen wir eine weitere Planperiode. Kennzeichnend für einen typischen Planungs- und Berichtskalender sind gewisse Daten, an denen Berichte vorliegen sollten. Im konkreten Fall ist das primäre Berichtsdatum immer der fünfte des Folgemonats. Das heißt beispielsweise, dass der Bericht für den Zeitraum Jänner am 5. Februar vorliegen sollte, der Bericht für den Februar am 5. März vorliegen sollte und der Bericht für den März dann am 5. April. Immer an einem Quartal kommt dann noch ein sogenannter Quartalsbericht zum Tragen, der zusätzlich zum Monatsbericht erstellt wird und an eine meist andere Zielgruppe gerichtet ist, zum Beispiel den Vorstand in einer Holding oder auch an einen Aufsichtsrat. Dieser Quartalsbericht enthält in der Regel eine umfangreichere, auch qualitative, verbale Beschreibung, die über das Zahlenwerk des Monatsberichts hinausgeht und deshalb benötigt man für die Erstellung dieses Quartalsberichts auch meist etwas länger Zeit. In unserem konkreten Fall liegen die Quartalsberichte immer am 10. des Folgemonats dann vor. In Summe sozusagen sieht man auf dieser Folie, also in der Mitte noch einmal, ein Budget für das Jahr. Dann sehen wir diese 12-Monatsberichte und entsprechend dann die Vorschaurechnungen oder Vorkasts, bis zum Jahresende. Eine wichtige Entwicklung vielleicht aus der Praxis sind die immer kürzer werdenden Berichtszyklen. Das heißt, die Unternehmen versuchen, die Arbeitstage bis zur Erstellung der einzelnen Berichte zu verkürzen, um das Management möglichst rasch über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Im strategischen Bereich sieht diese Kontrolle der Zielerreichung naturgemäß etwas anders aus. Strategische Pläne werden ja in der Regel für drei bis fünf Jahre oder auch einen längeren Zeitraum erstellt und deshalb ist ein Strategie-Review natürlich auch nur in größeren Abständen notwendig. Vielfach haben wir hier einen jährlichen oder auch einen zweijährigen Rhythmus. Zumeist ist der Strategie-Review vorgelagert vor der Budgetierung. Es hat nämlich einen Vorteil, dass man strategische Initiativen oder auch Investitionsprojekte, die aus dem Strategie-Review oder aus der strategischen Planung kommen, dann als Grundlage auch für den nächstjährigen Budgetierungsprozess verwenden kann. nach dem